Jo lolle, Willkommen zum neuen Video, diesmal Skywars, nein, nicht Skywars, sondern Clawjump Ja genau, das ist die Frage, wieso gibt es jetzt keinen Skywars? Naja, ich habe halt vor, ähm, jetzt ab und zu so Lückenfüllerformate zu bringen, nenne ich das mal Weil ich halt für Skywars sehr lange zum Schneiden brauche Und ich habe auch in der Zwischenzeit was auf dem Kanal hochladen will Ach du Scheiße! Also die Videos werden hier dann wahrscheinlich ungeschnitten, bruh, mach das, mach ich hier Die Videos werden dann wahrscheinlich ungeschnitten kommen Das heißt ungeschnitten, ich werde jetzt halt ab und zu die Aufnahme pausieren Und dann wieder weiter, ihr wisst wahrscheinlich wie das geht, vielleicht auch nicht, ist mir jetzt auch egal Ähm, ja ich kann auch noch nicht sagen wie regelmäßig das kommen wird Und dann wünsche ich euch jetzt einfach noch viel Spaß beim Video War jetzt ein komischer Anfang, egal Scheiße Okay, jetzt haben wir die Lite-Version Ich bin so schlecht, ne Alter, was mache ich hier? Dankeschön So, kann ich jetzt bitte drauf? Super Schaffe ich jetzt den Sprung? Ah, schade Neuer Versuch Pfff Das hat ja gut geklappt So, alle guten Links in drei Mit der Leiter Jawoll Ich bin so schlecht Dankeschön Geht doch Also eben zum Server, warum es hier Ich bin so schlecht Warum es hier ab und zu laggen könnte Ähm, der Server ist halt noch in der Beta Was heißt Beta Kommt halt gerade frisch aus der Herbstpause Ich denke mal ihr kennt alle Bergwelt Labs Ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben Deswegen Kann es hier manchmal lecken Und vielleicht kommen wir auch nicht ins Finale Durch diesen Leck Wer weiß Sehr schön Mist Und wenn ich noch irgendwas verbessern kann Könnt ihr mir auch gerne Bescheid sagen Ich bin da ganz offen für Feedback So wie immer eigentlich So sollte das gehen Ja Nice GG Läuft auf jeden Fall Spam hat der drauf Oh Gott Der hat Spam drauf Ich hab Runterfallen drauf Badumts Ach ja Oh so Geht doch Alles klar Kann ich bitte Normal springen Ne Ja schön Fuck Ne, warte Ich geh nochmal zurück Dann Sehr gut Anhe, ich war da vorne runtergefallen Ne Ach, come on Okay Okay Jetzt nicht verkacken Ja, das nennt sich dann wohl Karma, ne Dankeschön Kammer besiegt, Digga Ich hab jetzt gedappt Ihr müsst euch jetzt irgendeinen Typen vorstellen, der dappt Okay Dankeschön Ist das der richtige Weg oder muss man dann durch Lass mal da hin Oh, ja Ups Ist das so gedacht Ich weiß es nicht Ich mach's einfach mal so, ne Ernsthaft Kann ich das nicht irgendwie Kann ich denn irgendwie rumtricksen? Ne Ja Wünscht mir mal viel Glück Fuck Schade Ah Dankeschön Sehr schön Oh, ne Das mag ich nicht Ja, komm Ich kann mich direkt dreimal killen Dankeschön Okay Mist Oh, Gott Kann ich so machen? Ja, Dankeschön Sehr gut Sehr gut Komm Okay Ich denke, das hab ich Jo Ah Hallo Kannst du jetzt bitte weitergehen? Ah, Dankeschön Hat gar nicht so lange gedauert Das war schlecht Aber ich verkack das eh Ja Bin auch nicht Ganz so gut Würde ich mal sagen Oh, bruh Scheiße Oh, Dankeschön Der Käse sieht nicht sehr gesund aus Nur so nebenbei, ne Okay Muss ich da rauf springen? Ich glaube nicht Ja, ist sehr schön Ach Gott Ah, ne Ich kann mich auch mal Ich kann mich auch mal Nochmal retten Dann hab ich nur einen Versuch Sehr schön Darauf komm ich nicht Denk ich mal Mist Wie schafft ihr das Schwammmodul? Ja, weiß ich auch nicht So Fuck Nein Oh Oh nein Der Timer Nein Oh, scheiße Okay, dann geht's jetzt nach Einkaufen So Ich hab relative Standard Equip Oh Eisenschwert Schatten ist eins Bogen Ganz normalen Rüstung Slash Skip Und dann sehen wir uns gleich im Final wieder Und es geht los Oh Das kam ja früh Kann ich hier schön was abstauben? Ja, ne Bestimmt, ne Ah, komm her Jawohl Sauber Ich staub den Abstaub ab Auf der Massenprügelei hier Komm her Oh, geil Das leckt Ja, wie gesagt Das kann hier halt schon mal ab und zu passieren Aber es sollte dann auch demnächst besser werden Denk ich mal Lol 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 Schrett Youtube Hacks Was zur Hölle Skandal Nee, Spaß, Leute So Jetzt Schön Bo-Spam Oh nice Ich hab ihn gekillt Glaub ich Ja Nice Wir haben uns gegenseitig gekillt Alles klar Fuck Hilfe Möchte was abstauben? Na, nicht wenn's leckt Mit dem Bogen Bogen und Leck Passt nicht ganz so gut zusammen Hilfe Oh Schrett und Klapp Passt auch nicht ganz so gut zusammen Hab ich das Gefühl Ich bin gar nicht hier, Leute Ignoriert mich einfach, okay? Rackt man hier irgendwie langsamer? Hab jetzt keinen Bock drauf Hier, kann mich bitte einer killen? Das wär ganz nett Oder vielleicht kann ich hier sogar noch einen abstauben Loll, ja, ich hab die Items bekommen, nice Der wird mich jetzt zwar killen, aber Ich hab die Items bekommen Kann ich damit was anfangen? Nee Okay Na, Nudel Fuck Fuck Ich hab noch ein Leben Jawohl Sauber Nein Nein, nein, nein Ah Schade Schade, Leute So Wir gucken jetzt aber noch mal, wer gewinnt Oh Einer ist down Jetzt Müssen nur noch die beiden kämpfen Oh Es geht los Es geht los King muss das gewinnen Der King muss das gewinnen Oh Schade GG Yo, Leute Das war's mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Auch wenn das jetzt das erste Mal war Und Eigentlich auch nichts Besonderes Ich Hoffe trotzdem Es hat euch Spaß gemacht Wie schon gesagt Und Ich würde mich freuen Wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen Ciao